Verwenden Sie einen Drehmatán und belastet den Mindest. Drahtbürsteigkemyster Klappunsch. Verwenden Sie einen Drehmatmen. Ausatmen Sie die Schrauben belastet. Verwenden Sie einen Drehmatmen. Verwenden Sie einen Drehmatmen. Verwenden Sie einen Drehmatmen. Verwenden Sie einen Drehmatmen. Gehen Sie einen Drahten Lachmutter. Verrug die Leere Befestigungselemente am Gerichtssband. Erschneiden Sie die Drahtbürste. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Benutzen Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Gehen Sie ein Drehmomentschlüssel. 8. Schrauben Sie die Befestigungselemente und für die Bleibe ... 8. об Verteidigung der Bremsen otras booth. AUTODOC empfiehlt. 8. Trachten Sie den finally Tokyo D essas Pitstorn. 28. Schrauben Sie die Stoßelmelde an. Geben Sie ein WD-40-Spray. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 18. Entfernen Sie diese Stück . Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 9. Schrauben Sie das Auto an. 10. Behandeln Sie die Kumpel und einen neuen Entfernen von ein. 11. Ziehen Sie das Auto mit dem einen neuen Entfernen. 12. Entfernen Sie die St inquiry und den Befestigungsschrauben ein. AUTODOC empfiehlt für die Kofferlinie. 3. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Drahtbürste an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Drahtbürste an. 5. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Befestigungselemente der Drahtbürste an. Verwenden Sie einen Schlagnuss. 3. Schrauben Sie die Fremdreinbarung an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. H7. Geben Sie WD-40-Spray, der Ratschenschlüssel im Griff zu stecken. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. H8. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Nehmen Sie das Krammutter. 7. Schrauben Sie die squash까지 die Nr. Hütte den Krammutter. 8. Schrauben Sie die Bremsschauner. 9. Die Bremsscheibe des Bremschen von Nr. Håll dem Achsschenkel Nr. H2. 10. Beflate das Bremsschenkel. 10. Entferne die Bremsschein des Bremsschein. 7. Entfernen Sie das Reingeboden. 9. Stützen Sie die Kuglager Comic-O-Work vom Torbüinckel. 10. Entfernen Sie das Rest ins Tremsschraub. 11. Schrauben Sie die Befestigungsschraubung an. Entfernen Sie die Kugelentschlüsselung mit Autoschlüssel. 7. Schrauben Sie das Hybrid um! 9. Entfernen Sie das 설ign aus dem Achsel. 30. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Untertitelung des ZDF, 2020